Hi, Alexei hier. Willkommen zum nächsten Video. Und in diesem Video geht es speziell um das Thema SharePoint Online und Berechtigungen. Und zwar kriege ich immer wieder mal die Frage, wie füge ich denn neue Berechtigungen hinzu und wie kann ich die Berechtigungsstruktur überhaupt anpassen in SharePoint Online? Was gibt es denn da überhaupt und wie kann ich das Ganze individuell gestalten? Hier möchte ich einfach mal zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn man standardmäßig eine SharePoint Online Seite erstellt, also eine Team Webseite, die auch Gruppen beinhaltet. Und was kann ich denn dann tun und wie kann ich das Ganze halt verwalten? Dafür habe ich vorbereitet. Ich bin jetzt hier im Admin Center angemeldet bzw. habe die SharePoint Online Seite mit einem Besitzer drin, der auch einen kompletten Zugriff quasi auf diese Seite hat. Und ich habe einen zweiten Account, also einen zweiten User quasi. Und dieser User ist hier folgendermaßen. Ich versuche jetzt mit diesem User auf diese Seite zuzugreifen und möchte diesen User spezielle Rechte geben. Wenn ich da jetzt nochmal hingehe und sage Zugriff auf die Seite, dann habe ich kein Recht darauf und ich möchte jetzt diesen User ein bestimmtes Recht geben. Und zwar welche habt ihr und ich möchte aber diesen User spezielle Recht geben, nämlich der soll noch mitwirken, das heißt Sachen hinzutun, aber er darf nichts löschen, nichts entfernen. Wie kann ich das sehr individuell gestalten? Gut, wechseln wir zurück zu der Ansicht zu dem Besitzer dieser Seite, das heißt, wo der Vollzugriff stattfindet. Ich habe hier verschiedene Sachen eingestellt. Ich habe einfach meine zusätzliche Dokumentenbibliothek eingestellt und möchte halt hier auch ein bisschen demonstrieren, wie man das halt effizient da auch nutzt oder siteübergreifend. Gut, welche Möglichkeiten der Berechnung habe ich erstmal standardmäßig? Wenn ich eine neue Team-Webseite erstelle, also Team-Webseite in Sheppard Online erstelle, dann habe ich erstmal standardmäßig folgende Berechtigung. Berechtigung, wenn ich oben auch weiterkriege, dann habe ich meine Berechtigungsstruktur und zwar, ich habe einen Website-Besitzer, ich habe einen Website-Mitglied und ich habe Website-Besucher. Je nachdem, was es ist, habe ich mehr oder weniger Rechte, da was zu tun. Wie kann ich mir das genau anschauen, die Rechte? Es gibt verschiedene Arten, zum Beispiel, Sie gehen über diesen Weg und dann einfach Anstellungen für weitere Berechtigungen anschauen. Dann dauert das ein bisschen, ja, bei Millsekunden, sage ich mal. Und dann öffnet sich das Background, also der Inhalt der Sheppard-Seite, was die Berechtigung angeht. Und hier gibt es natürlich verschiedene Arten der Berechtigungen. Erstmal die Gruppenberechtigung, also die Gruppen, die auf diese SharePoint-Zeit zugreifen können. Und es gibt die Berechtigungsstufen, also es gibt die Gruppe selber, wie die heißt. Und je nachdem, welche Berechtigungsstufe es noch gibt, gibt es halt entsprechend dann einen bestimmten Antwortzugriff. Zum Beispiel, es gibt Berechtigungsstufe Vollzugriff, es gibt Berechtigungsstufe Lesen und Bearbeiten. Und je nachdem, was es tut, das ist die Funktion dahinter, wird sie einer Gruppe hinzufügt. Sprich, ich kann hier auch eine neue Gruppe hinzufügen, egal wie es heißt, und dieser Gruppe eine neue Berechtigungsstufe hinzufügen, die auch Lesen, Bearbeiten oder Vollzugriff, beziehungsweise eine Mischung aus den beiden hat. Sprich, ich kann das Ganze individuell gestalten. Die Berechtigungsstufen, die kann ich hierüber über die Berechtigungsstufen managen. Darüber kann ich die bestehenden verwalten, aber auch nur hinzutun. Gruppen erstellen, erstelle ich einfach eine Gruppe, die ich dann nutzen kann in den SharePoint-Sites. Alles, was ich einstelle, wird standardmäßig erst mal auf die unteren SharePoint-Sites, beziehungsweise Dogment-Libraries, also Listen angewandt. Ihr seid eben in der Liste, verhindere ich das Ganze. Das dazu später ein bisschen mehr vielleicht. So, erstellen wir nochmal eine Berechtigung, eine neue Berechtigungsstufe. Und zwar möchte ich eine bestimmte Art nutzen. Und zwar, ich klicke mal auf hier Berechtigungsstufen und da wird verschiedene angezeigt. Zum Beispiel Lesen. Ja, wenn ich die Berechtigungsstufe Lesen anschaue, also das, was die Besucher bekommen, dann kann ich mir anschauen, was diese Lesestufe beinhaltet. Was tut sie denn überhaupt? Und kann sie hier anpassen? Durch Absenden speichere ich das. Das heißt, ich kann die Berechtigungsstufe für Lesen anpassen. So, jetzt erstelle ich aber komplett neue Berechtigungsstufe. Und zwar nur Filamente, die möglich sind, dass ich nur, ja, nur etwas hinzufügen kann, aber jetzt nicht entfernen kann. Dazu trinke ich mal auf Berechtigungsstufe hinzufügen. Das heißt, ich, ein Beispiel, ich möchte nicht die bestehenden nutzen, sondern eine neue, die individuell ist. Und hier kann ich zum Beispiel hier die Berechtigung Demo hinzufügen. Oder einfach nur die Berechtigung heißt einfach hinzufügen. So. Kleine Beschreibung dazu. Ich kann alles markieren oder ich sage Element. Was möchte ich denn? Ein Element genehmigen, öffnen, hinzufügen. Wenn ich da drauf klicke, passiert noch ein bisschen was dazu. Und zwar wird automatisch hier das Element anzeigen geklickt noch. Das heißt, wenn ich anzeigen selber klicke, ist es mal okay. Ich kann es anzeigen, ich kann die Elemente lesen. Aber wenn ich hier hinzufügen möchte, ist zwingend auch erzeigen natürlich erforderlich. Wenn ich zufüge, muss ich die auch sehen. Und dann wird automatisch noch Seiten anzeigen, angeklickt automatisch und öffnen. So. Dass ich mir auch die Listen jetzt öffnen kann, überhaupt etwas erstellen zu können in der Liste. So. Hinzufügen ist das neue, die Berechungsstufe. Ich erstelle die mal. Dann sieht man es schön. Ich habe eine neue Berechungsstufe erschaffen in der bestehenden SharePoint-Seite. Und die heißt hinzufügen. Gut. Dann wechseln wir das Ganze mal wieder zurück. Und zwar in die SharePoint-Seite. So. Durch die Berechungsstufe habe ich noch gar nichts erreicht. Ich habe noch keine Gruppe hinzugefügt, die ich individuell für den User zufügen kann. So. Dazu gehe ich nochmal auf die Berechnungsstruktur und auf die weiteren Einstellungen. Und hier nochmal möchte ich eine Gruppe erstellen. in eine zusätzliche Gruppe, die eben diese Berechungsstufe zusätzlich bekommen soll. Dazu erstelle ich eine neue Gruppe. Ich kann natürlich eine bestehende Gruppe nutzen und die User reintun. Aber Demo und dann hinzufügen zum Beispiel. So. Ich kann nehmen einfach Demo, das reicht schon. Wer ist der Gruppenbesitzer? Das ist der, der ich gerade erstellt. Mit dem arbeite ich gerade. Wer kann diese Gruppe nur anzeigen? Also verschiedene Einstellungen für diese Gruppe eigentlich nur festlegen. Und hier unten kann ich auswählen, welche Berechnungsstufe soll ich diese Gruppe nutzen. Das bedeutet, die Mitglieder dieser Gruppe kriegen automatisch die Berechnungen, die in dieser Berechnungsstufe hinterlegt sind. Zum Beispiel hinzufügen. Zack. So. Automatisch bin ich jetzt drin. Ich kann mich raus tun. Aber automatisch bin ich der als Besitzer hier drin. Und ich kann jetzt neuen Benutzer hinzutun. Eine Gruppe, je nachdem. Okay. Ich nutze mal den User Line-Inwork-Technik hier. Das ist unser User. Das ist der, der mit dieser Berechnung da ist. Man sieht so schön. Da kann ich immer nicht drauf zugreifen. Also das funktioniert so nicht. Aber so. Wir fügen den zu dieser speziellen Gruppe hinzu. So. Das kann natürlich ein bisschen auch noch dauern. Wie das abläuft. Bis es dann halt entsprechend drin ist. Zack. Wir gehen mal hier drauf und gucken mal, ob das schon da ist. Je nachdem, wie Struktur ist bei einem Shepard Online-Technik. Größe oder kleiner. Dann das schneller oder langsamer dauern. So. Hier ist es schon wirksam sofort. Das heißt, ich habe ja schon die Berechnung erhalten. Und ich sehe aber auch nicht alles. Also ich sehe nicht alle Gruppen oder alles, was ich irgendwie tun kann. Großen Teil davon sehe ich noch gar nicht. Und zwar sehe ich noch die Demo-Dokumente nicht. Ich habe eine eigene Bibliothek. Und die sehe ich nicht. Also ich sehe gerne keine Listen oder Bibliotheken. Und das muss ich noch, das will ich noch ermöglichen. Indem ich den User halt entsprechend zum Beispiel auf diese Bibliothek gehe. Und sage, verwalten wir die Bibliothek-Einstellungen. So. Und zwar kann ich die Berechnung für Bibliothek nochmal setzen. Und kann sagen hier, dem Demo soll hinzugefügt werden. Aber ich habe hier ja schon. Ich hatte die Berechnung ja nicht deaktiviert. Also wenn ich die Berechnung nicht deaktiviere, wird das eben runtervererbt. Ich kann natürlich die Berechnung aktivieren. Dann ist es nochmal hier drauf. Aber hier sollte etwas passen. Geduld ist dogend. Und zwar kann ich mir auch direkt in die Liste wechseln. So. Ich wechsle mal sofort die Liste. Und schaue ich mir dann schon, ob die Berechnung da schon behandelt ist. Man sieht, es ist noch nicht über. Aber das dauert noch ein bisschen. So. So. Sobald die Berechnung da ist, kann man dann hier auch loslegen, irgendwas tun und so weiter. So. Was kann der User? Viel weniger. Man sieht es ja auch. Der Unterschied ist, wenn ich jetzt hier bin, als normaler User, der irgendwie Vollzugriff hat. Der kann ja alles tun, was er will. Verweiten, tun und so weiter. Der User hat das nicht. Der sieht ganz wenig. Kann auch wenig tun und wenig verwalten. Und das ist schon mal, ja, ein Unterschied in dem Sinne. So. Wenn das jetzt an der Zeit nicht geht, das ist jetzt mein Demo Beispiel. Wenn das an der Zeit nicht geht, sieht man, okay, da fehlen noch irgendwelche Berechtigungen. Kein Problem. Einfach mal die Berechnung reingehen. Wir wollen die Webseiteberechtigung anpassen. So. Webseiteberechtigungen. Jetzt geh auf die Berechnung. Berechenstufe wieder und schauen wir die Stufe hinzufügen an. Also wieder zurückgehen in den User. Der sieht hier irgendwas noch nicht. Und das hat immer was zu tun, dass die Berechnungstufe noch nicht so ganz passt. Dafür gehe ich in die Berechnungstufe und sage, okay, Elemente hinzufügen, Listen hinzufügen, Dokumente hinzufügen. Okay. Ich kann Dokumente und Elemente hinzufügen. Ich kann Elemente, Listen, Dokumente, Dokumente hinzufügen anzeigen. Ich kann Elemente anschauen. Okay. Ich kann Webseiteberechtigung, kann Seiten anzeigen lassen. Ich kann irgendwas öffnen, aber mehr nicht. Also mir fehlt die Berechnung überhaupt Elemente anzuschauen und was zu können. Ich kann Listen erstellen oder löschen, Spalten an Listen erstellen oder löschen. Das will ich auch gar nicht. Ich kann Elemente bearbeiten, Version anschauen, Formulare, Ansichten, Listen kann ich mir anschauen. Okay. Da gehe ich drüber noch und sage, Berechnung verwalten. Nee, das passt nicht. Seiten anzeigen, Seiten einer Webseite anzeigen. So. Das habe ich hier das Recht. Da kannst du reinschauen und sagen, okay, das funktioniert soweit. Ich kann mir die Seite hier anschauen. Und mir fehlt die Erweiterberechtigung, da ein bisschen mehr zu tun. Also. Da einfach weitergehen und sagen, okay, mir fehlt hier auf jeden Fall noch eine Berechtigung. Seiten hinzufügen oder Webseite verteilt das Recht, alle Verwaltungsaufgaben für die Webseite wahrzunehmen. So Inhalte zu erstellen oder zu verwalten. So. Aber es wird doch eine wichtige Sache, nämlich, ich sehe einen Teil ja hier nicht. Also ich sehe die anderen Seiten ja nicht. Das heißt, hier einfach mal schauen, nicht verunsichern lassen, einfach mal gucken. Wir sind jetzt hier in Listenbenachrichtigungen oder Berechtigungen. Entschuldigung. Und es hat mit Listen ja zu tun. Ich will mir eine Liste anzeigen lassen. Eine Dokumentbibliothek ist auch eine Liste. Eine SharePoint Liste, eine Microsoft Liste ist auch eine Liste. Die Seiten sehe ich ja. Gut, dann gehe ich mal darüber und schaue ja, welchen Element habe ich noch. Und dann schaue ich mir dieses Element zum Beispiel an. Anwendungsseiten anzeigen. Formulare, Ansichten und Anwendungsseiten anzeigen und Listen nummerieren. Das sind die Anzeigen. Anzeigen ist schon mal gut, weil irgendwas sehe ich ja mehr. Und hier geht es um die Ansichten, diverse Ansichten, die ich noch zusätzlich habe. Und die aktiviere ich mal. Absenden klicken. So. Jetzt kann es, wie gesagt, ein bisschen dauern. Je nachdem, wie viel, ja, wie viel man Daten hat, wie gut man erreicht, wie gut die innere Verbindung ist und wie schnell er die Daten im Background verarbeitet. Geht aber relativ schnell meistens, ist es angepasst. Es ist ja nicht so, dass es das meistens sofort braucht, sondern wenn ein paar Minuten verstichen sind oder ein paar Sekunden, ist es auch kein Problem. Und dann ändert man hier am Ende ja irgendwelche Berechnungen. Es ist schon hier aber angepasst. Man sieht, ich habe einfach fünfmal gedrückt, Refresh. Und wie sehen die alle Seiten? So, jetzt gehen wir auf Dokumenten, Devo-Dokumente. So. Es hat verschiedene, auf die Dekumente bin ich gegangen, verschiedene Ansichten noch. Und man sieht, der ist noch nicht in der kompletten Synchronisierung. Das heißt, es dauert ein bisschen, bis man dann auch alles sieht, was man da brauchen kann. Ihr Seiten, hier fehlt ein Recht, da muss ich das wieder hinzufügen. So geht man dann vor. Das heißt, wenn man sehr streng sein möchte, weniger Rechte geben oder ganz wenig erstmal anzeigen. Und dann gehe ich hin und sage, okay, was möchte ich noch tun? Was soll noch möglich sein in der Ansicht hier? Was soll da verarbeitet werden? Wenn ich hier draufklicke, dann kriege ich da immer eine Fehlermeldung oder es geht nicht. Das heißt, hier schaue ich nochmal, okay, meine Berechtigung, was ist danach? Was passt dann noch nicht? So. Wir haben jetzt angezeigt. Wir haben letztlich zufügen, kein Problem. Wir haben Anwendungen gezeigt. Also von der Art passt das. Elemente löschen, Version anzeigen, Elemente öffnen, hinzufügen, anzeigen, passen und öffnen. Elemente öffnen ist schon eine Sache, die jetzt wichtig ist. Ich würde es vielleicht öffnen, das Ganze, um mir das anzusehen. Wir lassen aber mehr, könnte auch gut passen. Und wir schauen uns in die Website-Berechtigung, was geht da noch? Und verschiedene Funktionen gibt es da noch. Und zwar zum Beispiel die Funktion hier, Futures zum Starten von Kleinanwendungen verwenden. Ohne diese Berechtigung müssen Benutzer lokal an und mitarbeiten und die Änderungen hochladen. Ich will aber nicht lokal, ich will im Vibed Browser komplett arbeiten. Welche Funktionen gibt es dann noch? Ich füge das mal hinzu und teste das mal. So. Absendung geklickt. Hier habe ich natürlich wieder das Problem, das Thema, ich muss einen kurzen Moment warten, bis das dann entsprechend da ist. Und schauen wir das an. Okay. Das passt. Ich habe jetzt die Möglichkeit hier auch exklusiv, also exklusive auch zu arbeiten im Browser. So. Jetzt gehe ich hinten und sage, neues Dokument. Und zwar habe ich gesagt Elemente hinzufügen, aber nicht löschen. Neuer Ordner. Und ich füge bei neuen Ordnern hinzu. Der heißt Test. So. Jetzt habe ich einen Ordner drin, aber ich kann den Ordner nicht löschen. Man sieht es ja auch so schön. Ich habe die Möglichkeit nicht. Ich kann weder hier nur noch klicken. Hier habe ich den löschen nicht. Noch hier habe ich irgendwelche Löschmöglichkeiten. Wenn ich sage, der soll auch noch löschen können, dann muss ich eben mein Recht erweitern. Ja. Also so einfach geht das. Elemente auch löschen oder bearbeiten und so weiter und so fort. Ja. Absenden. So. Das dauert jetzt, wie gesagt, ein bisschen immer. Es dauert immer einen Ticken. Und zwar gehe ich dann das Recht, auch Elemente zu erstellen. Ja. Sonst habe ich eben. Elemente sind einfach nur. Ja. Ordner sind Elemente. Alles, was in so einer Liste ist. Also Dokumentenbibliothek ist ein Typ. Ein Listentyp quasi. Wo ich eben Dokumente, Dateien, Ordner und so weiter ablegen kann. Wie ähnlich wie auf dem File-Server. Und habe hier das Recht, dann etwas zu tun. So. Ich habe die Liste aktualisiert. Beziehungsweise die neue Berechtigung. Und ich habe ja auch das Recht, jetzt das Löschen. Ich kann es dazu bekommen. Und zack. So. So einfach und so easy kann man Berechtigungen individualisieren. Also individuell machen. Anpassen. Ich kann die bestehenden Berechtigungen auch anpassen. Und hier sehr schöne Gruppen und User verwalten. Wenn ich hier eine Stufe weitergehen möchte aus der IT hin und sage, ich möchte jetzt nicht wie früher die IT ist dafür zuständig, die Berechtigung zu vergeben, wenn diese benötigt werden. Sondern meistens, wenn man ehrlich ist, die Berechtigung kommt als Anforderung. Die IT setzt dumm. Wir überprüfen hier weniger. Oder die IT ist ja nicht verantwortlich zu entscheiden, ob die Berechtigung gerechtfertigt oder nicht. Dann schweinert meins der Vorgesetzte und sagt, gib mir diesem Benutzer hier die Berechtigung. Er braucht sie zum Arbeiten. Und hier gehe ich eine Stufe weiter. Mir beigeht das, aber vielen kann man das nutzen und sage, okay, dann lieber vorgesetzt von dem Benutzer zum Beispiel, gib dir doch, gib mir die Berechtigung. Du kriegst die Erlaubnis, ihm die Berechtigung zu geben. Das wäre auch möglich. Sowohl ich habe online oder ich mache lieber eine Advertis muss das starten und zwar dass User bestimmte Berechnungen bekommen. Wie sieht das technisch am Ende aus? Der User kommt entsprechend einfach in diese spezielle Berechtigung, die wir vielleicht eingerichtet haben. Vielleicht haben wir zwei, drei verschiedene Stufen und Berechtigungen, die der Vorgesetzte entscheiden kann. Lesen, mitarbeiten und dann auch vielleicht noch Elemente hinzufügen. So, wenn er auswählt, ja Elemente hinzufügen, kommt der User halt eben in diese Gruppe Elemente hinzufügen oder Demo hinzufügen und hat dann eben das Recht, das Recht eben hier Elemente hinzufügen und nicht mehr und nicht weniger. Also da kann man eine Stufe weitergehen und sagen, Self Service Portal jetzt für die Mitarbeiter, für Kollegen, für externe Mitarbeiter, für Partner, für Kunden, je nachdem wie der Mitarbeiter in der kompletten Online-Struktur, dass die auch die Berechtigungen sie selber geben können, wenn sie sie benötigen. Wunderbare Sache, man schafft also die wiederum eine Plattform und ist weniger in aktiven Geschäft die ganze drinnen und muss nur eine Grundlage schaffen, mit dem Mitarbeiter agil und schnell agieren können, ohne dass die IT halt immer die ganze Zeit brauchen und ansprechen müssen. So kann man sich natürlich sehr stark auf Plattformen, neue Projekte konzentrieren und eben bestehende Sachen auch verbessern und erweitern. Ja, kleines Beispiel für Berechtigungen im Shepard Online, wie man diese individuell gestalten kann. Ich hoffe, das hat Spaß gemacht, du bist zuzuschauen, verstanden, wie man auch Berechtigungen sehr individuell auch im Shepard Online bauen kann. Und ansonsten, wenn Informationen einfach notwendig sind, wo sie vielleicht ein paar Fragen haben, gerne Kommentare setzen. Ich schaue, dass sie auch diese beantworten. Ansonsten, wenn sie das Video noch nicht, also unsere Kanäle schon übernimmt haben, auf jeden Fall übernimmt, kriegen sie immer wieder tolle Informationen, meiner Meinung nach, rund um Microsoft 360, Prozessoptimierung mit digitalen Services, vor allem bei Microsoft 360. Und wenn das Video Ihnen gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Das zeigt einfach, dass es Ihnen gefällt, Ihnen hilft und das motiviert mich auch sehr stark, nochmal neue Videos zu dem Thema zu machen. Ansonsten, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Das war Alexei. Ciao.